Der Ruck am Dienstag beim Edikamart. Da war das kürzlich der Friedrich beim Edikamart, ich habe mir das erzählt. Und jetzt ist der Ruck vor Ort auf dem Seher auch beim Edikamart am Dienstag. Es gäbe sich tatsächlich nichts. Alles das gleiche, was hier in Nürnchen, Neckarhausen, die Brembar und alles gleiche. Ja, das machen die im Frieden auch die Partys. Im Gleichen machen die die Partys. Oder ist das nur der Ruck? Nein, der Friedrich ja auch. Der Friedrich hat es besser eingestellt, weil der hat es jetzt ehrlich gemacht. Jetzt im Vorsturm oder im Vor-Osturm, da wo viele auch daheim sind, weil es jetzt gerade so... Also wirklich auch die Veranstaltung zweimal. Also definitiv. Also nicht versehentlich. Nein, nein, der Ruck macht, das ist wohl so abgesprochen, dass die ja gleiche Bedingungen sind. Deswegen... Und der hat mir gesagt, der Friedrich hat einmal das so gemacht. Also erst mal vor Ostern. Also habe ich gesagt, das ist eigentlich gut, weil da viele ja auch daheim sind bei den Eltern, weißt du. Auch von den Jungen jetzt, wenn sie studieren oder so, da kommst du ja meistens zu den Holm, also um die Zeit. Und dann hat er gesagt, die erste 80 kriege ich kostenlos Pizza. Wer dann serviert? Der Friedrich, also... Echt? Ja. Ist ja total bezahlt, dann weiß ich ja Bestech. Da ist der 80 kriege ich kostenlos ein Stück Pizza. Das macht der Friedrich und der Ding. Das weiß ich jetzt nicht, weil bei seinem Ding steht er halt... Achso, den besonderen DJ hat er eingeladen, der Friedrich, da wohl, der gerade innen ist, ähm, noch. Und der Ding, der macht das einmal Freitag hier. DJ...